Aber so funktioniert es ja jetzt nicht mehr. Schade eigentlich. Oh. Alter. Warte. Immer wenn er da ist. Oh, jetzt ist er oben. Jetzt nicht mehr. Tschüss. D-d-ding. Nein. So, nochmal eben zur Mobfalle gehen. Und dann rausgehen. Zuckerrohr abernten. Die Felder da weg machen. Zur XP-Farm. Genau so nannte man sie. Na endlich wieder was los hier. Ich dachte schon, da geht gar nichts mehr. Ich meine, immerhin ein paar Stück. Kommt schon. Äh. Flupp. Okay, immerhin so ein, so ein, weiß nicht, 75% Level. Ne, noch niemals. Knapp über 50. Wenn überhaupt. Äh, wo ist das schöne Steinschwert? Da ist es. Nicht mehr Mobs, Mann. Warum denn nicht mehr Mobs? Aber wisst ihr was, hör mal. Das interessiert mich jetzt so doll mit der, mit dem Transporter, dass ich das jetzt einfach mal versuche. Nachdem ich draußen die Zuckerrohrscheiße weggemacht habe. So doll interessiert mich das. Aber ich könnte ja schon mal ein paar Melonen wieder fressen. Öfen sind zwar auffällig, aber Melonen sollen jetzt erstmal reichen. Und da unten müssen so viele Kühe drin sein, dass wenn ich eine sterben lasse, zehn neue da sind. Jawohl, okay, so extrem vielleicht nicht. Aber fast. Holz, Bücherregale. Boah, 27 noch. Ja, reicht auf jeden Fall, wenn ich die gleich da oben platt mache. Kiste Spezial beinhaltet ja zwei Schallplatten. Sehr fein. Und Slime Balls lasse ich mal hier drin. Jetzt renne ich mal raus und mache den Kram da weg. Auf und zu. Moin. Da oben drauf wäre bestimmt ein geiles Haus. Könnte aber bestimmt ein geiles Haus machen. Vielleicht auch eine Holzhütte mal zur Abwechslung. Okay, ist zwar noch nicht komplett gewachsen, aber es ist genug. Ich mache die schon zum zweiten Mal komplett hier weg. Erste Mal hat sie nicht gereicht. Ich habe die nochmal neu angelegt, um da noch mehr Bücherregale zu basteln. Ne, gar nicht die Spitzsacke. Ist aber nicht die Glück, oder? Ne, die normale. Voll normal. Na, bloß nicht erschrecken. Diese Wassergeräusche sind normal. Und 4, 3, 2, 1, 0. Nein, nur ein vergessen und ein falsch. Okay, am Anfang dachte ich, geil, klappt hier alles und dann wieder fail. Fail. Oh mein Gott, ist das hier tief. Wasser wieder beruhigt. Oh. Passt und jetzt einfach die Dinge. Ach schade, jetzt kann ich gar nicht mehr von hier aus hier reinspringen. Oder da reinspringen. Und der Dschungel entsteht langsam. So, da mit Lian. Ist aber auf jeden Fall schon geil. Kann man auf jeden Fall mal ein richtig schönes Baum ausbauen. Oh, und hier gucke ich jetzt schon wahrscheinlich zum zehnten Mal rein. Alter, ein Schaf. Soll ich das Loch hier einfach mal zumachen? Ohne Erde natürlich. Kein Problem. Hi, Golem. Hallo, Eisengolem. Komm mal mit. Du passt jetzt mal hier auf. Und dann komm mal mit in die Eingangshalle. Du darfst jetzt mal rein ins Haus. Du kannst dich jetzt hier mal in die Ecke setzen. Sitz. Du kannst aus dem Fenster gucken. Fenster, habe ich gesagt. Fenster. Äh, egal. Er will einfach nicht hören. Diese, die Drecksau. Drecksau von Hund. Genau, Pistons. Der Piston-Transporter braucht ein neues Upgrade. Äh, new skill move acquired. Hä, was hab ich da reingetan? Passt. Passt. Gras. Hä? Gras? Nein, dort doch. Gras war hier drin. Gras war hier drin. Knochen. Zum herkömmlichen Mob Drop. Der langsam, aber sicher überfüllt ist. So, jetzt war Redstone Repeater. Noch mehr Redstone. Redstone Fackeln habe ich. Viel zu wenig. Genau wie Repeat habe ich auch viel zu wenig Holz. Ein paar Sticks. Wären sich erstmal 64 Fackeln gemacht. Ordentlich viele Repeater. Wie viel habe ich? Zwölf. Ja, okay. 17. Ja, geil. So. Oh. Jetzt probieren wir das mal oben aus. Mal gucken, ob hier keiner rumläuft, der mich töten will. So. Gerade gemerkt, wie das gebaut wurde. Aber eigentlich ist das ja nicht so schwer. Ah, voll dumm. Warum macht der das, dass das da durchfällt? Verstehe ich nicht. Okay, der erste Kreis war ja so. Der zweite ging dann hier drüber. Und über die anderen Pisten ist alles klar. Genau. Der kann weg, damit ich an das Redstone rankomme. Und jetzt einfach mal ausprobieren. Ein Sticky Pisten mit einem Stein. Und mit einem Stein sieht das aus? Ist das nicht egal, wie das aussieht? Eigentlich schon. So, jetzt mit einem selber. Ist das nicht egal? Hör mal. Ist das nicht scheißegal? Ich glaube schon, Hör mal. So, schon nicht schlecht. Es kommt hier mal der... Mit der Redstone-Unterbrechung hin. Und Energie. Warum geht der da oben noch? Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Jetzt werfe ich hier mal irgendwas rein. Was nehme ich denn mit? Ja, Redstone sieht gut aus. Hatte zwar schon ein richtiger Stick da drin. Und ich bin gespannt, was passiert. Sammelt sich da vor. Geht da drauf. Oh, da ist noch ein Redstone. Perfekt. Oh, da ist noch ein Redstone. Geil. Also ist die Lösung des Problems ganz einfach. Und dann kann ich doch endlich mal in der Optik feilen. Eigentlich ist sowas von scheißegal. Aber... Irgendwie achte ich da drauf doch immer. Zwölf Pistons, 14 Slime Balls. Ja, komm. Ja, komm. Ist klar. Ob das nicht reicht. So, meine Herren. Dann weg hier mit dem Cobblestone. Her mit dem Cleanstone. So, Moment. Wie war das jetzt? Der geht hoch. Dann geht hier einer hoch. Natürlich sehr geil, dass sie jetzt dieselbe Struktur haben wie die anderen Blöcke. Der nächste geht dann hier hoch. Sticky Pistons. Nicht zu viele, weil alle brauche ich. Nicht Sticky. Die Seitenschieber sollten ja weiterhin so funktionieren, wie sie sind. Und der letzte dann hier. Okay, so weit, so gut. Und das geht sogar noch. Der nächste dann nicht mehr. Oder aber auch... Ah, nee, gar nicht. Ja, gar nicht. Aber fällt mir was ein, ich kann es doch eigentlich hier wie so eine Treppe hochführen lassen. Mit... Muss ich hier noch eins zurückgehen? Also mit den Repeatern sollte das eigentlich funktionieren. Kann man hier unten das alles zubauen. Das ist die Glücksspitzhacke. Hier kommen dann die Dinger rein. Der Bogen, den Bogen brauche ich im Moment nicht. Kommen hier jetzt mal die Kappels rein. Und... So weit sieht es ja ganz gut aus. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wie ich das hier verbinde. Obwohl, ganz einfach. Zack. Und dann kommt hier ein Repeater hin. Repeater. Und hier dann die Verbindung zu dem Repeater. Jetzt brauche ich die Seitenschieber. Der kommt hoch, der kommt nach vorn. Ich glaube, den habe ich gebaut bei Part... Moment, kurz überlegen. Ich glaube 88 oder so. Also ist schon richtig alt, das Gerät, hier, was hier steht. Hört hier auch ein bisschen blöd an, wenn ich das so sage. Der Gerät ist voll alt. So. Wenn ich jetzt hergehe und den... Obwohl manchmal immer anders. Sieht, glaube ich, dann stylischer aus. Nein, sieht es nicht. Halt, Stopp! So. Das könnte schon funktionieren für die beiden. Krass, so geht alles raus. Zum Glück sind das keine Stikys, sonst würden die jetzt den Klotzer immer mit wegziehen. Das wäre blöd. Das wäre blöd. Oh nein, ich habe alles ausgelöst. Die Melonen sind gerade runtergekommen. Alles ausgelöst. Oh nein, ich glaube, das ist schon fertig jetzt. Ohne Scheiß. Obwohl, den Rest, den lasse ich dann in Cobblestone. Ist ja der Maschinenraum. Muss ja nicht alles perfekt sein. So, jetzt habe ich es. Aber rein theoretisch sollte ich den jetzt mal laufen... Oh, scheiße. Ich bin doch kein Drop. Komm ich hier wieder raus. Hey, der Monster hat ein Debitual gedroppt. Geil. Das Monster, der Monster. Geht schon los. Okay, ist noch gleichzeitig. Ein bisschen blöd. Und? So wäre eigentlich fast perfekt. Ob er so funktioniert, muss ich jetzt mal im Testen. Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird er nicht. Mit meinem Glück. Er ist noch irgendwie falsch eingestellt, glaube ich. Genau, falsch rum. Nein, jetzt ist er da hinten rübergefallen. Oh, da ist es überhaupt hier hinten rübergefallen? Ich glaube gar nicht. Egal. So, und nochmal das Ganze. Aua. Aua. Oh. Könnte ich diesmal mal da reinschmeißen? Muss ich so lange warten? Ach, verdammt. Warum hat er das denn geändert? Das heißt... Das ist aber blöd. Oh, erstmal meinen Redstone wiederholen. Das heißt, dass das alles versetzt auslösen muss. Quasi hoch. Erst eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ja, krass. Das ist krass. Dann muss ich viel mehr bauen hier. Warte mal. Der geht hoch. Der geht zur Seite. War ja schon richtig. Aber der darf erst hochgehen, wenn der zur Seite ist. Sehe ich doch gerade richtig. Na gut, ich glaube, ich lasse es jetzt hier mal. Da muss ich mir mal was überlegen. Aber es funktioniert auf jeden Fall noch. Natürlich kein Problem. Nochmal ein leckeres, gebratenes Hähnchen essen. So, geil. So, jetzt nochmal schnell mit dem Weizen runterdüsen. Die Viecher füttern. Und dann ist auch schon so gut wie Ende. Und jetzt manchmal die scheiß Kirchenmusik hier weg. Was ist denn hier los? Ach, schade. Ich wollte den Knopf schon drücken. Aber das ging jetzt so schnell hier. So, jetzt erkenne ich einen Creeper. Warte mal, wo habe ich denn da das Loch eingebaut? Ich glaube, das war sogar hier. Hi! Poppt! War das genau da in der... Ne, da war noch ein Balken nach oben. Ne, war auf der Seite dann demnach. Hi! Ne, komm, eigentlich will ich nur ein Weißes haben. Weiß mit... Und? Voll Gangbang. Egal, das wird euch alle... Komm, können loslegen. So dreckige Homo. Können die direkt wieder poppen? Was ist denn los mit denen? Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Tut mir echt leid. Alle. Alle ruhig so. Aber die sind noch nicht, ähm... Ja, wie nennt man das? Paarungswillig. Hoch geht's! So, alles klar. Dann sage ich mal, bis dem nächsten Part. Tschööö!